liebe freunde der was ist das eigentlich rpg? ja würde ich sagen so foxtail based open world rpg freunde und so die da bock darauf haben herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von portal knights mit dem immer noch verschnupften robin yo weil immer noch selbe session genau ich gebe dir mal du schmeißt das ja ne dann gebe ich dir mal mein eisen ja also ich habe jetzt schon mal fünf barren hier angeschmissen hoffentlich ist mein jetzt auch noch nicht schlecht ja dann eisen ja aber ich habe keine kohle mehr kohle habe ich noch zwei die kann ich dir geben ist es nicht die welt aber ich kann die kohle holen wenn du möchtest okay man braucht übrigens vier kohle und acht eisen nicht ein kohle ja ich habe aber irgendwie dein eisen glaube ich nicht gekriegt nicht dann liegt da irgendwo rum ich sehe das nicht 48 waren das 43 oder so ich habe 44 kohle hier bitteschön hier bitteschön jo warte ja das ist verkehrt müsste es jetzt haben jo so hatte die waren die schon fertig ja hatte ich mache jetzt noch ein paar ich brauche acht stück die kriegst du okay ich glaube jetzt noch sieben ja sieben habe ich noch angeschmissen brauchst du den säbel des portalwächters nö du bist der nahkämpfer gut schmeiß ich weg oder 400 erdblöcke vielleicht oh lass mich überlegen nee eher nicht schade so bekomme ich wohl das ein oder nicht ja dankeschön so es wird zeit für neue rüstung über ja ja klar sieht ja cool aus sieht auch cool aus das brauche ich nicht so mache ich mir jetzt schon mal so ein ring sie zu knechten und nicht im ernst ich brauche jetzt nicht echt noch zwei seidenstoff ja tja 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 so was kommt vor Alles klar Hast du noch was gefunden? Was braucht man denn für einen Leidenstoff? Seidenstoff, acht Stück Heißt noch 16 Dinger Toll, ey, weißt du was? Hätte man das mal eher gewusst wieder Kriege ich das Rest also? Ja, ich schmeiß dir das mal hier in die Truhe Dann kann ich mir nämlich meine Ausrüstung nämlich schon mal fertig machen Sehr cool, wenn du einen Eisen überlassen könntest Ja, ich brauche noch zwei Stück Das ist jetzt nicht so der Stress Wie ist das eigentlich mit dem Umhang? Eisenermeisterumhang, ich brauche Leidenstoff Ja, habe ich Im Inventar, Chrisse Echt? Voll geil Ja, ich habe mir gerade auch einen neuen Umhang gemacht Nehme ich Leidenstoff, haben wir noch mehr jetzt genug Habe ich dir gedacht? So, dann mache ich mir jetzt den Eisenmeisterumhang Dann habe ich nämlich Lebensregeneration Und zwar richtig awesome So, und dann mache ich mir jetzt Scroll hoch Den Baba Ach, ich habe vergessen Pelz aus der Truhe zu holen Wo ist das Fell? Habe ich Okay Ich brauche Drei Fell Könntest du mir vielleicht übrig lassen Ja, ich brauche zwei Stück Okay, da würde ich hin Das ist nicht so Nicht so krass eigentlich Zack Aber ich muss sagen Der Helm in der Rüstung Der sieht cooler aus Als dieser komische Helm mit der Lampe obendrauf Ja, alles sieht cooler aus als dieser komische Helm mit der Lampe drauf Aber der Helm mit der Lampe äh, der Helm von der Rüstung sieht wirklich viel viel cooler aus Ja, ich weiß Gibst du mir bitte mein Fell wieder? Ich tue das in die Truhe rein Oder willst du das denn mitschleppen? Ja, ich wollte jetzt einfach nur Okay, dann komm Dann fahren wir jetzt Holen wir jetzt noch einmal kurz die 18 16 Stoff Seide da Und dann machen wir weiter mit der Map, ne? Dann erforscht wir ein neues Portal Oder wie Du bist ja auch jetzt voll aufgelivelt Oder? Ja, im Grunde schon Ja, ich würde trotzdem noch gucken Ja, also neue Weltmärkte Weil wir brauchen Eisen Wir brauchen ganz viel Eisen Weil ich will diese Kisten ja alle loswerden Und will die durch was besseres ersetzen Ja, können wir machen Wenn wir neue Moore finden oder so Gibt es ja Eisen Anders Ja Das wäre so der Plan Vor allen Dingen können wir dann auch Mal so nach schicken Türen Oder sowas gucken Ja, Häusergestaltung Oder sowas zu bauen Interessiert mich in dem Spiel Irgendwie ziemlich wenig Ich bin so mehr gespannt Ob es irgendwie andere Welten gibt noch Oder andere Gegner vielleicht Das interessiert Es wird ja mindestens noch einen Boss geben, ne? Man kann glaube ich sogar gucken Wie viele Bosse es noch gibt Und zwar Da ein Boss gibt es noch Zwei Bosse Zwei Bosse noch Aber dazwischen sind noch mehr als genug Welten Die man erkunden kann Ja So, wir suchen jetzt hier nur diese Diese Seiden Genau, nur die Seidendinger Schmiedeln, ne? 16 Stück Soweit wir 16 haben Können wir auch schon direkt abhauen Wie du hier rumgebaut hast Ja, was willst du mit dem ganzen Scheiß denn noch machen? Ich stehe in der Echo Schick mich Acht Stück Für eins Jetzt brauchst du noch sieben Robin, 16 Stück Ja, okay Jetzt noch 14 11 Jetzt noch 13 10 9 9 8 6 Ist hier noch was? Ach da 5 So, ich hab sieben Ich hab sechs So, ich hab acht Ich hab auch acht Ich hab grad zwei nebeneinander gefunden Nice Dann pflanzen wir jetzt mir die restlichen Shit hin So, und zurück zum Map Äh, zurück nach Hause Oder? Jo 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 Oh, ich hoffe, ich brauchte jetzt nur noch vier Seidenstoff Ja, ich hoffe, du hast dir alle Rezepte angeguckt, die du noch irgendwie brauchen könntest Ja, ich brauch nur noch ne Hose Das war's Das war's Mehr brauch ich nicht Ja, dann Und irgendwie ein Bogen oder ne Alternativwaffe oder irgendwie sowas? Da hab ich schon das Beste, was geht Okay Das Wichtigste ist, als Rüstung ist die Waffe, weil da helfe ich dir mehr mit als mit meiner Rüstung Ja So Gibst du mir bitte mein Zeug Seidenstoff Hab ich schon angeschmissen Plopp Ja, schön Jo Oh Oh, die Werkbank ist billig Ich glaub nicht Ich bin ja da oberen Etage Die Werkbank lügt Dann geh ich halt hier unten Wie Werk So Nochmal Dankeschön So, jetzt noch das Fell holen von oben Und zack Ich guck mir schon mal auf der Map an Ich würde dann Ähm Bei 2,6 weitermachen wollen Weiter vorne noch alles abgeraden, sagst du? Ja, ja Dass wir alles freigeschaltet haben Auf jeden Fall schon mal Ach so Hast du vielleicht zwei Eisen für mich? Zwei Eisen Ja, liegen doch da oben drin, oder nicht? Hm Warte, ich hole, ich hole, ich stehe daneben Waren geh ich davon aus? Jo Ja 2,6 ist das früheste, was wir, wo wir nicht alle Tore freigeschaltet haben Krass Selfie, Robin Neue Rüstung Yeah Warte Ich hab, boah, du siehst ja aus wie so ein krasser Ninja Jo So Einmal So drehen Geh mal weg hier, Rudolf Was soll das denn? So Alles klar Yeah Und F2 Vor allem passt das voll mit meinen Augen Ja, oder? Stimmt Ja, nice Alles klar Okay, dann kann ich jetzt wieder meinen Kackhelm aufsetzen Ja Leider Das bringt auch nichts, wenn du den Skin von dem anderen Helm da draufziehst, ne? Dann hast du trotzdem Dann hab ich ja die Werte nicht Ja, ja Ich will ja die Werte von dem richtigen Helm und dieses Licht von dem Kosmetikhelm Wenn ich's umgekehrt mache, dann, dann hätt ich ja die Rüstung von dem Kosmetikhelm Das wär ja völlig sinnlos Ja Du hast ja recht Dann brauch nur so ein Steinchen auf den Kopf zu fallen, dann bin ich K.O. Hier, warte mal, ich hab was für dich Oha Da Was kommt jetzt? Oh, toll Was? Herrlich Was denn? Ein Nahkampfschadenfläschchen Die brauchst du doch, oder nicht? Ja, ich glaube, die benutzen wir mal bei Bossen oder so, ne? Ich tu dir erstmal ne Truhe Weißt du was, das werden wir eh vergessen Dann kannst du aber wegschmeißen Nein, nein, wir benutzen das beim nächsten Boss Ja, dann schmeißen wir den Torpedo an, da, jo Ach, scheiße Oh Gott Was ist jetzt? Ich hab, anstatt hinzureisen, hab ich's als Heimat festgelegt Warte Dann legst du reisen So Palmenpatina Hast du umgelegt? Ja Guti Palmenpatina Es kringelt So wunderschön Ich möchte es mir ansehen Für die Generierung der Ablaufplanung Oh, da Oh, da, ja Okay Wie viel Steine hast du? Ich hab sieben Nice Baue an Direkt rein, die Sau Du bist mir grad extremst auf den Käse gegangen Sorry, Kumpel Du baust das Wie viele Portale gibt's denn hier? Zwei Zwei, tatsächlich Ich hab ich da schon mal auf die Suche vom Zweiten, ne? Ja Wo geht's da hin? Ähm Ähm Tetrotoxi Das ist auch wieder ein Moor Ja Ja, da kriegen wir Eisen her Geil Aber erstmal Hätte ich gerne Das verdammte zweite Portal Das können wir auch schon direkt aufmachen Du hast noch einen Ein Klotz hab ich noch Ja, ich hab noch fünf Alles passt Die Frage ist nur Wo finden wir es? Hallo Wie geht es Ihnen? Sehr gut, danke Ich würde mit Ihnen gerne über diese Portale sprechen Oh Gott Ist einfach durch mich durchgerutscht Tja Kann ja gar nichts Der hatte es wohl nicht so mit dem Ziel Ne Oh Gott, was ist das denn da? Menschenhandel Boah, hier ist so ne So ne Arena, Junge Ne Ja, Mann Laberkeiten Ja, sicher Vor allen Dingen Das ist voll fair Die lassen hier so ne So ne fette Schildkröte Gegen drei so Schleime antreten Ich frag mich, wer gewinnt Vor allem weiß ich jetzt auch Warum die Viecher So angepisst sind Bist du ein Jäger? Plaudern Sieh erstmal zu mir Du siehst komisch aus Achso Der halb nackte Person Dir in so einem Hula-Hemd Weißt du? Du siehst komisch aus Plaudern Ich träumte von einer Welt In der alles wieder zusammengefügt war Ja, wer ist die komische Freund? Ähm... Bist Ein Ritter wie sie ist auch immer bereit Einem Bürger in Not zu helfen Die frechen Monster In diesem fisseren Kack Haben meine Berührung Der Natur entwendet Okay Wären sie so freundlich Mir bei der Wiederbeschaffung zu helfen? Jawollo Du machst gerade ab und zu Wieder so die Technobiene Was mach ich? Die Technobiene Ne, ich hab wirklich so schnell gesprochen Nein, du bist einfach abgebrochen Achso Und hast dann Komische Laute von dir gegeben Berührung der Natur Ja So, hier Drainings Das ist übrigens Der sauberstab, der heißt Naja, jetzt sehe ich im Bild Hör mal auf hier so rumzukotzen Ekeliger Ach, hast du auch Können Mumie am feiten? Ja Wo ist jetzt hier der zweite Portal? Für antike Zähne sehen die aber noch voll okay aus Würde ich mir sagen Jetzt sind die immer so Golddinger Die hatten ja damals anscheinend Material oder Mast Ja und Silber Und Silber Bronze, Silber und Gold Habe ich nie gewollt Oh Gott Ich glaube, wir müssen die Folge wenden Tut mir leid Ey, ist sogar echt fast zu weit Wir haben technische Probleme Ich weiß, von wem war das denn nochmal? Weißt du, ich kenne den größten Scheiß Das würde ich jetzt hier nicht sagen Ich kenne den größten Scheiß Aber von wem das ist? Der Schlagersänger, dessen Name nicht genannt werden darf Das ist ein Schlager Ja, für was würdest du das denn sonst halten? Weiß ich ja nicht Ich will Feuerballschriftrolle, jawoll So ein Feuerballjunge Bob! Rezept für Schädel des Scheusalz Okay Ich lasse doch jetzt den Bubble zu Hä, wieso? Was ist jetzt schon wieder? Oh mein Gott Ich habe ein neues Haus hier gefunden Okay, welches? Ich weiß noch nicht Ich habe den Käfig noch nicht aufgekriegt Okay Alter Scheiße Wie geil ist das denn? Was denn? Okay Ich weiß auch nicht, was es ist Aber was es ist Sehen wir in der nächsten Folge Ich bedanke mich recht herzlich Weil ich fürs Zuschauen Sage bis zum nächsten Mal Macht's gut Tschüss Tschüss Tschüss